Liebe Kundin, lieber Kunde, liebe Freunde, Kundenzufriedenheit und Ihr Vertrauen ist das größte Gut, das ich besitze und dafür vielen Dank. Für Ihr Vertrauen, das Sie mir in diesem Jahr geschenkt haben, bedanke ich mich sehr herzlich und wünsche Ihnen und Ihren Lieben schöne Festtage und für 2016 beruflichen Erfolg, privates Glück und vor allem Gesundheit. Alles Liebe und Gute, Ihr Versicherungsmakler Ernst Krusch. Untertitelung des ZDF, 2020